Wenn ich mich mit anderen Karateka oder anderen Budoka darüber unterhalte, warum ich mit Shotokan Ryu aufgehört habe, komme ich immer ein bisschen ins Straucheln. Meine Standardantwort ist eigentlich oft, dass ich sage, dass mir die Antworten auf meine Fragen nicht gegeben werden konnten. Aber das ist tatsächlich nur die halbe Wahrheit. Denn wenn ich ganz ehrlich bin, lag es auch zum großen Teil daran, dass mir Entwicklungsmöglichkeiten gefehlt haben. Ich kam irgendwann an einen Punkt, wo ich das Gefühl hatte, dass ich irgendwie mit angezogener Handbremse fahre. Und wenn ich so darüber nachdenke, warum sich das so angefühlt hat, komme ich zu einem ziemlich vernichtenden Urteil. Das moderne Karate krankt an seiner Basis. Mit den Kampfkünsten ist es ja eigentlich wie mit jeder anderen Sportart auch. Ja, natürlich ist Karate in erster Linie erstmal nur Körperertüchtigung. Wenn man neu damit anfängt, dann fühlt man sich wie der erste Mensch. Als ob man sein bisheriges Leben irgendwie nur auf allen Vieren durch die Gegend gekrabbelt wäre. Und dann kommt plötzlich jemand und sagt einem, dass man gefälligst laufen soll. Sofort. Und dass das natürlich in die Hose geht, ist ja klar. Weil bevor man laufen lernt, muss man erstmal stehen können. Und dann kommt das Gehen und dann vielleicht irgendwann mal das Rennen. Man braucht also eine Basis. Eine Grundlage. In den japanischen Kampfkünsten spricht man an dieser Stelle von Was letzten Endes eigentlich nichts anderes als Grundtechniken oder Grundlagen bedeutet. Wobei, wenn ich drüber nachdenke, ist Basis oder Fundament vielleicht sogar noch besser. Letzten Endes sind das nichts anderes als alle nötigen Grundtechniken, die man für das Erlernen eines Stils oder einer Kampfkunst benötigt. Dazu gehört, wie man steht, wie man sich bewegt, wie man abwehrt, schlägt und tritt. Und wenn euer System jetzt wirklich gut ist, dann vermittelt es euch damit sogar noch die Möglichkeiten oder die Art und Weise, wie man Energie erzeugt. Und das ohne, dass ihr dafür vorher monatelang im Fitti pumpen gehen müsst. Wobei es natürlich ohne eine gewisse Grundfitness auch nicht geht. Also im Kern geht es darum, dass ihr lernt, wie ihr euch bewegt. Und Techniken zu verwenden, ohne dass ihr euch dabei selbst verletzt. Und im Idealfall sogar schon ein bisschen Aua machen könnt. Um das zu lernen, bedient man sich eben den zuvor genannten Kihon Waza. Das sind im Idealfall Basistechniken, deren körpermechanische Prinzipien sich danach auf alle anderen folgenden Techniken oder Technikgruppen übertragen lassen. Eigentlich sowas wie eine eierlegende Wollmilchsau. Und das funktioniert tatsächlich, denn so toll wir Menschen uns ja auch finden wollen oder mögen, letzten Endes bestehen wir ja nur aus einem Torso, zwei Armen, zwei Beinen und idealerweise einem Kopf. In einem idealen Kampfkunstuniversum sieht der Umgang mit diesen Basistechniken wie folgt aus. Zunächst lernt der Schüler erstmal, sich überhaupt nur zu bewegen. Das heißt auch beweglich zu werden und die Funktionsweise des eigenen Körpers besser zu verstehen. Jeder Sportler, und dabei ist jetzt völlig egal, welche Sportart, wird bestätigen, dass man nach einer Weile lernt, Muskeln zu benutzen, von denen man vorher nicht mal wusste, dass sie existieren. Und das beinhaltet natürlich auch, sich so zu bewegen, dass man sich eben nicht verletzt. Und im Idealfall lernt man das natürlich anhand der stilbezogenen Grundtechniken. Man koppelt es also nicht aus. Wer selbst schon mal Anfänger unterrichtet hat, weiß, dass dieser Prozess allerdings mehrere Jahre in Anspruch nehmen kann. Während dieser Erkundungsphase beginnt man aber natürlich schon damit, dem Schüler das Kämpfen, also die Anwendung der Techniken am Partner, näher zu bringen. Das heißt, es kommen auch schon grundlegende Partnertechniken ins Spiel, an denen der Schüler lernt, die zuvor geübten Prinzipien auf die Arbeit mit einem Partner zu übertragen, also am lebenden Objekt anzuwenden. Wenn man als Lehrer jetzt nicht ganz versagt hat, dann lernt der Schüler auf diese Weise über die Jahre, wie Solo- und Partnerformen zusammenhängen und ist irgendwann sogar schon in der Lage, die dahinter steckenden körpermechanischen Prinzipien anwenden zu lernen und erklären zu können, beziehungsweise auch übertragen zu können auf andere Techniken. Und dazu gehören dann natürlich auch so ein paar physikalische Prinzipien, wie Hebellehre und so weiter und so fort. Also die Prinzipien, die eben dahinter stecken, Theorie. Wenn der Schüler das verstanden hat, ist das dann auch in der Regel der Moment, wo dann irgendeiner daherkommt und euch sagt, dass ihr ab sofort auch so eine fancy schwarze Bauchbinde tragen dürft. Die Füchse unter euch realisieren natürlich gerade und zählen eins und eins zusammen. Schodan, also der erste Dan, heißt nichts anderes, als dass ihr die Grundlagen kapiert habt. Das ist der Punkt, an dem ihr in der Regel nicht mehr über eure eigenen Füße stolpern solltet und auch die Arbeit mit einem kooperierenden Partner ganz passabel vonstatten geht. Und vielleicht seid ihr sogar schon in der Lage, euch gegenseitig das Leben ein bisschen schwer zu machen. Und jetzt kommt eigentlich der spannende Moment. Denn jetzt ist der Punkt gekommen, wo ihr wie ein kleiner Vogel aus dem Nest geschubst werdet und das Fliegen lernen müsst. Jetzt beginnt das Lernen nämlich erst richtig, weil jetzt seid ihr angehalten, das bisher Erlernte zu vertiefen, zu erweitern und frei zu interpretieren. Im Stand, am Boden, im Flug, ganz wie ihr wollt. Ihr lernt, dass es hunderte Varianten und Abarten von Techniken gibt und lernt auch, was es heißt, wenn euer Partner keine Lust mehr hat, eure Spielchen mitzuspielen, sondern seinerseits ebenfalls austeilt. Das ist dann dieses Kämpfen, von dem immer alle sprechen. Beziehungsweise auch der Moment, an dem ein einigermaßen realistisches Training möglich ist, beziehungsweise erst dann die Übung einer einigermaßen realistischen Selbstverteidigung möglich ist. Und genau das ist der Punkt, an dem das moderne, wettkampforientierte Karate scheitert. Anstatt den Schüler jetzt mehr in die Freiheit zu entlassen und ihn freier agieren zu lassen, redet man ihm jetzt ein, dass er seine Grundtechniken noch viel mehr verbessern muss, dass es noch gar nicht reicht, dass die noch viel, 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 viel besser werden müssen. Es folgen Stunden und Stunden, an denen ihr an einem Zuki feilen sollt, den ihr aber niemals zur Zufriedenheit ausführen werdet. Was natürlich bedeutet, dass ihr ihn dann noch mehr üben müsst. Bereits als Schüler oder als Anfänger wurdet ihr im sogenannten Kihon-Ido, das ist das, wenn ihr bahnenweise die Halle hinauf und runter gescheucht werdet, dazu getrieben, einzelne Techniken bis zum Erbrechen einzuschleifen. Natürlich macht das an dieser Stelle noch Sinn, weil da müsst ihr lernen, diese Techniken oder diese ungewohnten Bewegungen so zu üben, dass ihr sie irgendwann im Schlaf und ohne nachzudenken ausführen könnt. Aber jetzt, wo der Moment gekommen ist, das eben sich frei zu entfalten, werdet ihr dazu angehalten, immer neue Grundschultechniken zu immer längeren, dämlicheren Kombinationen zusammenzubasteln, die ihr natürlich aber auch niemals am Partner üben werdet. Ihr müsst euch immer mehr Cutter ins Hirn prügeln, ohne dass euch irgendjemand erklärt, was ihr da eigentlich tut. Ihr hechelt also beständig einem Anspruch hinterher, dem ihr niemals gerecht werden könnt. Versteht mich jetzt nicht falsch, es geht nicht darum, dass ich sage, dass ihr als Fortgeschrittener die Basis vernachlässigen sollt, ganz im Gegenteil. Es geht aber an dieser Stelle darum, dass die Gewichtung sich ändern muss. Während ihr also im Newman-Bereich, Newman bedeutet so viel wie Eingangstor, also der Zeit bis zum Schodern vielleicht 70% der Zeit mit Basics und Basic-Partnerformen und nur 30% mit freier Anwendung verbringt, sollte sich das genau jetzt drehen. 70% frei am Partner arbeiten und 30% Basics. Denn verbessern sollt ihr euch natürlich, aber ihr solltet nicht mehr so viel Zeit darauf verwenden, nur an der Basis zu arbeiten. Und genau dieser extrem wichtige Schwerpunktwechsel oder diese Schwerpunktverschiebung findet nicht statt. Fast so als wüssten viele Trainer gar nicht, wie sie euch unterrichten sollen, jetzt wo ihr Fortgeschrittene seid. Und soll ich euch was sagen? Viele wissen das vermutlich auch gar nicht. Weil sie es selbst niemals gelernt haben. Ich meine, wenn man sich selbst sein Leben lang nur mit Kihon Ido beschäftigt hat, wie will man den Schüler dann an eine realistische, freie Partnerarbeit heranführen? Und kommt mir jetzt nicht mit Kumite-Wettkampf-Karate. Ja, freier Kampf okay, aber eben auch wieder nur mit Basic-Techniken. Und das ist auch bei mir der Punkt gewesen, wo ich das Gefühl hatte, dass ich mich nicht mehr weiterentwickeln kann. Dass ich Fertigkeiten entwickelt habe, die ich aber nicht anwenden darf. Und das ist dann der Grund, warum danach viele ihrem Dojo oder vielleicht sogar gänzlich dem Karate den Rücken kehren und sich ihre Herausforderungen und ihre Antworten woanders suchen. Bei mir war es zum Glück nur das Dojo und nicht das System, aber auch nur, weil ich einen Hafen gefunden habe, wo ich dann alles genau das tun konnte. Viele haben leider nicht dieses Glück und das ist wirklich extrem schade. Wie ist das bei euch? Habt ihr ähnliche Erfahrungen auf eurem Weg gemacht? Ich meine, vielleicht seid ihr ja selbst schon fortgeschritten, die das hier gucken und habt vielleicht auch euer System gewechselt. Schreibt mir doch mal unter die Kommentare rein, was eure Gründe waren, das dann zu tun. Oder vielleicht habt ihr ja auch Gründe, wo ihr sagt, nein, 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 ich finde das super und ich bin genau deshalb bei meinem System geblieben. Ich meine, auch das kann ja durchaus ein Grund sein. Ich meine, die Gründe, eine Kampfkunst auszuüben, sind ja sehr mannigfaltig. Und mich würde interessieren, warum habt ihr gewechselt, wenn ihr gewechselt habt? Und warum seid ihr dabei geblieben, obwohl euch gewisse Dinge klar geworden sind oder auch nicht? Also unten in die Kommentare damit. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich total darüber freuen, wenn ihr mir ein Däumchen nach oben da lassen würdet. Und dabei auch die Glocke nicht vergesst, weil dann werdet ihr natürlich sofort darüber informiert, wenn ein neues Video online geht. In diesem Sinne wünsche ich ein schönes Wochenende und wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin, matane! 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 Bis dahin, matane!